Aus großem Leid erwuchs eine Lösung. Gemeinschaften. Friedliche, schöne Orte, an denen aus Chaos Harmonie wurde. Kannst du mit denen fliegen? Allerdings. Fliegst du bis zum Rand? Oh ja. Was ist dahinter? Keine Ahnung. Weiter dürfen wir nicht. Tun wir's. Das ist verboten, Jonas. Hallo? Mein Name... Ich weiß, wer du bist. Wer sind sie? Der Hüter. Wenn die Ältesten Rat brauchen, helfe ich mit Wissen aus der Vergangenheit aus. Unsere Welt war anders. Es gab mehr. Viel mehr. Rot. Du wirst sie bald alle sehen. Alle Farben. Alle Nuancen. Die morgendliche Injektion löscht sie aus. Wenn Menschen sich frei entscheiden dürfen, entscheiden sie falsch. Der Anschein und die Wirklichkeit sind vollkommen verschiedene Dinge. Schau hin. Das ist mein Vater. Er hat ihn umgebracht. Junge und alte werden getötet. Zum Wohle aller. Es gibt Dinge, von denen ihr nichts wisst. Du machst mir Angst. Ich weiß es schon seit Monaten. Was fühlst du? Jonas ist zur Gefahr geworden. Irgendwie muss man es ihnen doch sagen können. Du kannst es beenden. Du kannst alles ändern. Finde ihn. Und kümmere dich um ihn.